Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK. Heute mal mit etwas schlaueren Dinos als in der letzten Folge. Guck dir das an, weil das ist so lustig. Vor allem der Dörte steht die Brille so mega krass. Es sieht einfach, sie sieht aus wie so eine alte Grundschullehrerin für Dinos. Und Hanna sieht einfach aus wie, keine Ahnung, ist jetzt in der Nacht nur vor Büchern und macht nichts. Es ist einfach ein Traum. Absolut. Was machen wir in der Folge? Achso, warte mal, ich habe Spoiled Meat, ne? Hast du dann schon wieder reingetan? Ich habe dann schon wieder reingetan, ja. Aber ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder welches gekriegt. Ja, eins aber nur. Ich habe jetzt zwölf Stück, habe ich noch. Ja, okay. Könnte man ja... Ach, guck mal, ja doch, kann man. Ich habe nochmal eins reingepackt. Das dauert echt lange mit dem Fleisch, ne? Ja, ja, ja. Da kannst du halt Crawfling Speed skillen, ne? Craftest du jetzt schon? Was? Ja, ja, ich mache schon, ja. Mach's so. Ich habe gedacht, du könntest mich craften lassen, damit ich schneller level. Achso, ja, ja. Ja, ne, jetzt ist vorbei. Ich gehe jetzt abbrechen. Ich kann es ja auch nicht abbrechen. Das ist ja auch so ein Ding von Art, wo wir halt nicht wissen, ob das überhaupt geht. Aber ich glaube, das Crafting kannst du nicht abbrechen. Ich gehe jetzt mit Dörte in meinen Buchclub. So, und ich trinke jetzt mal Fanta aus meinem 4-Liter-Eimer ist das schon. Das ist ja kein Becher. Alter, das ist doch echt krank, ne? Mit deinem Fanta-Konsum da. Da soll man mal sagen, mein Red Bull-Konsum wäre krank. Ja, aber ich finde halt Red Bull nicht ganz so ungesund wie Red... Äh, Quatsch, umgekehrt. Fanta nicht ganz so Red... Äh, Alter! Ich finde Fanta nicht ganz so Red Bull wie Red Bull. Ja, aber ich finde Fanta nicht ganz so Red Bull wie ungesund. Ähm, ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich trinke halt gerne Fanta, ne? Ja, ja, ich trinke gerne Red Bull. Ja, ich auch. Aber ich kann mir halt Red Bull nicht so viel leisten wie Fanta, ne? Also ich finde halt im Verhältnis Red Bull einfach zu teuer. Das ist einfach so. So, ich kann jetzt wieder skillen. Was skill ich denn jetzt? Keine Ahnung. Crafting-Speed, ne? Würde ich mal sagen. Wobei, wir sind jetzt eigentlich mehr unterwegs. Ich mach mal... Ähm, ich mach mal hier Damage, komm. Oh, der ist aber hartnäckig hier. So. Wart denn? Wer denn? Was ist los? Ich kämpfe gerade gegen den Trike. Okay. Ja, Klaus, es ist... Weißt du, seitdem ich diesen Trike-Code habe, ist der nur auf Achse. Der ist ständig weg. Und ich bin zu Hause, weißt du, und buddel hier in meinem... In meinem... Wie heißt das Ding nochmal? In meinem Mordler. Mordler. Und wenn wir... Das ist schlimm. Also... Das macht aber auch echt Spaß mit Dörte. Das ist ohne Witz, ey. Die haut hier echt was weg. Und ich bin gerade versucht, den langen Hals mit Dörte mal anzugreifen, aber... Ach, guck mal, wir haben ja auch Schettin. Wir können auch was aus Schettin herstellen. Rüstung zum Beispiel. Aber die habe ich noch nicht. Ja, aber ich finde die Rüstung jetzt, die ist schon ausreichend, oder? Die ist schon ganz okay. Ja, ich finde die visuell jetzt echt nicht so hübsch, wenn ich ehrlich sagen soll. Es gibt ja noch Metallrüstung, ne? Da müssen wir mal wollen. Da müssen wir Teil fahren. Äh, apropos, wir haben... Äh, ne, was heißt apropos, wir haben kein Bett. Wir bräuchten mal Betten. Ja. Das ist eine gute Idee. Ähm... Das braucht 40, 40 Fell, also 40 Haut braucht es. Ja, die Betten sind nicht ohne. Aber sind dann Schlafsäcke nicht auch gut genug, um, äh, also für den Respawn? Ich möchte ein Bett. Ne, 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 sag mal kurz. Ich habe auch drin Respawn. Kann ich hier wirklich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja, dann hol mal ein bisschen Haut, Klausi. Ich gehe, ich gehe letztes, warte mal. Ja, letztes. Okay, letztes haben wir noch. Ich habe ja ein bisschen mit Dörte gewütet, ne? Von daher habe ich ganz viel, ganz viel Wäsch. Okay, wir brauchen Weiber. Haben wir Weiber noch? Ungefähr 800. Okay. Okay. Wir brauchen Holz, äh, Holz. Äh, hier. Haut. Nicht Holz. Ja, ich gehe mal mit Dörte jagen. Ja, ich komme mit. Geh da mal, Alter. So. Den, 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 den. Warte mal, von vorne. Den, 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 den. Es ist, es sieht so lustig aus, ey. Ich feiere das total. So, gibt es jetzt hier irgendwelche Gegner, die nichts gegen uns können? Sollen wir den Langhals angreifen? Ich glaube in der Tat, dass wir das trotzdem trotz der Dinos und Bogen und so nicht schaffen werden, glaube ich Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der angreift Wenn er mit dem Schwanz angreift, bräuchten wir eigentlich nur von vorne angreifen Also der macht halt einen riesen Schwung mit dem Schwanz und der tritt halt nach dir Also ich glaube nicht dass ich schnell genug mit Dörte bin, um dran zu bleiben Alter, ich bin nicht dein Gynäkologe Hau doch mal ab, Mann Mach Platz, Platz, mach Platz Ja, keine Ahnung Sollen wir mal probieren? Nee, ey, dann sind die Dinos weg Wir machen das, was wir immer gemacht haben In der Richtung, wo du gerade läufst, da ist auf jeden Fall da hinten noch ein Trike Ja, dann lass uns den holen Also in der Richtung da hinten war sowieso immer am meisten los, also so Trike und Schildkröten mäßig So, ich hab schon wieder keine Ausdauer Ich weiß, ich weiß in der Tat auch gar nicht, wie ich den Respawn auf dem Server eingestellt habe Wie denn hier die Dinos nachspawnen, keine Ahnung Weil sonst sind wir halt auch mal ein bisschen gezwungen mal die Gegend ein bisschen zu verlassen, wo ich auch ein bisschen dafür wäre Klaus, was machst du? Hanna hat gekackt Hanna Naja, ich bin halt mit Dörte nicht so schnell, ne? Dörte ist eher so ein ruhiger Typ Gerne mal ein gutes Buch lesen Ja, nochmal zur Thematik Willst du denn auch langsam mal ein bisschen neue Gegend erkunden? Ja, wir können meinetwegen hier ein bisschen rumreisen Also ich kann dir gerne sagen, dass wenn wir jetzt gerade ausgehen, da geht die Post ab Was Dinos angeht Okay Also können wir gerne mal gucken, wenn Achso, übrigens, ne? Eier Also so große Eier von Dinos nicht aufsammeln Sonst hast du die echt am Arsch, ne? Weil die verteidigen halt ihre Eier Okay Hab ich einen Fehler gemacht Ich dachte mir, oh cool, ein Ei, nimmst du mit? Vielleicht schlüpft der was? Und auf einmal kam der Dino, also die Mutter Und hat mir einfach mal Ja, hat mir gezeigt, wo hier der Hammer hängt So Dodo Kommen sie Jetzt kommt Omasaurus Zack Wo ist er? So Ja, das ist wirklich Das ist ein bisschen schade, dass der Dörte so langsam ist Aber Kann ich mich ganz Wie gesagt, es ist halt nicht deine Aufgabe schnell zu sein, ne? Sondern eher so Hier, komm, ich hau euch aufs Maul Scheiße, ich brauch Ich brauch ein Wedges Hab ich doch Ah, äh, Klaus, hast du noch ein Wedges dabei? Ne, warte Das kann ich aber ganz schnell lösen Ich hol's hier mal so ein Baum um Alles klar Ja, das kann ja Hannah auch, ne? Ja, meine Bäume gehen aber schneller mit, mit, äh, Dings Deine Mutter geht schneller Guck mal Zack Ja Wie viel Vatches brauchst du denn? Ne, fertig Ich brauchte nur ein paar für meine, für meine Axt, um die zu reparieren Was braucht denn eigentlich der Bogen? Warte, man kann ich auch mal reparieren Amboni Zumal ich auch zwei Bogen habe, krass, siehst du Also ich hab jetzt in der kurzen Zeit 118 Vatches Ja, läuft mir hier Gesammelt Ich bin voll der Vatches So, Klaus, da hinten Äh, wenn's jetzt weiter geht und wir nach unten gucken können Ich hoffe echt nicht, dass diese, dass diese Riesen-Boa kommt, ne? Weil sonst sind die echt am Arsch Ach was, die hau ich weg Da ist noch ein Trike Komm, da gehen wir mal rein Ja, gehen, gehen Ja, warte, lass mich dir noch lieber angreifen Bevor du gleich Hanna wieder Ich mach doch gar nichts Ja, ich mach nicht Wenn du das machst, dann ist es echt cool Also wenn du wirklich Alleine die, die, die Viecher umnatzt, ne? Dann brauch ich auch echt nichts mehr machen Dann, dann, dann sammle ich das ein Das ganze Zeug und dann Hat die dazu seine Aufgabe Weil Hanna kann echt nicht viel, viel aushalten, ne? So, zack Zack So, komm hier, Hanna Geh weg, Klausau Geh weg, Klausau Hulle den Schwanz Hulle den Schwanz, jawoll Aber, Alter Also du fliegst echt ein paar Meter nach hinten, ne? Ja Hanna, nicht den, nicht den Baum abholzen Du sollst die, das vier Jawoll Alter, nicht den Baum, Hanna Jawoll So Easy So, wollen wir hier dann weitergehen? Der hat, was? Wollen wir hier dann weitergehen? Ja, ja, ja Wir sind einfach unzersteuerbar, Klaus Und ich sehe da hinten was Großes Ja Sag mal, bist du das, der so stampft? Ja So ein bisschen zumindest Das macht einfach alles hier im, im Bildschirm So Also ich gehe mit Hanna nach wie vor ein bisschen auf Schaden Damit sie sich ein bisschen verteidigen kann Das ist das, was wir vorhin gemacht haben Das hat verdammt viel Haut gegeben Das müssen wir auf jeden Fall machen So, warte mal, bevor wir irgendwas machen Oh, da ist noch einer Alter, was ist denn? Aber es wackelt alles Ist ja nichts Der Orte hat gelevelt So, meinst du, ich soll davon mal einen angreifen? Mit Der Orte? Warte, 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 warte Ich sehe nichts So, jetzt Ich würde Mann, ist doch wieder gut So Okay, ich habe Ich habe rubberbanding gerade Ich komme gerade irgendwie nicht raus Warte mal Okay, bei mir läuft der Bei mir läuft der Server gerade nicht Bei mir schon Aber ich bin umzingelt von dicken Tieren Ich komme hier nicht raus, Klaus Ich kann, ich kann nicht laufen Bist du im Baum gefangen? Jetzt, jetzt, jetzt Oh, doch nicht Also ich Na, ich sehe, dass ich laufen kann Oh, jetzt Jetzt scheint es mir zu gehen Ja Du warst, glaube ich, in den Baum gefangen Den ich gerade Ja, das kann sein Scheiß Fliegen, Alter Drecks Ekelhaften Libellen hier Au, au 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 Guck mal, er macht die OneHit alle weg Guck dir das an, Alter Weg Raus Ja, hör auf im Kreis zu laufen Verstehst du? Alter, ich will auch nur ausweichen Das ist Instinkt Ja, das Problem an deinem Das ist, dass ich nicht so schnell hinterher komme So, ich greife die nicht hier an Zack Alles klar Guck mal, der kommt gar nicht an mich ran Ja, aber da kommt der zweite, weißt du Und da sind drei, Klaus Das sind drei Das sind einfach drei Klaus, das sind drei Ja, das macht ja nichts Scheiße Hanna ist tot Hanna ist gleich tot Hanna ist tot Geil, läuft Schieß mit Pfeilen, Platty Hilfst du mir? Mach ich doch Was denkst du, was ich hier mache? Dein Tracker ist tot, ne? Ne Steht hier aber gerade bei mir Ne Achso, ne, doch Du hast den ungebracht Alles klar Das sind vier so ne fetten Viecher, ne? Oh, lol Oh, lol Guck dir das Ja Ja, komm hier Bleib stehen Renn nicht weg Dort ist tot Fack, echt jetzt? Ja Pfeile, Pfeile, Klaus, Pfeile Ja, ich bin schon dran Oh, fuck, mein Bogen ist kaputt Fack, gebrochen Alle tot Alle? Nein, Dörte Scheiße, da ist noch einer, das war einer Wo? Hier vorne Ah, 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 ah Der ist aber auch gleich tot Ja, down Scheiße, Mann Das ist vielleicht eine Rotze Aber man muss uns auch verteidigen Es sind einfach vier gewesen Aber irgendwie ist es trotzdem keine Rechtfertigung dafür Dass unsere Dinos einfach kaputt sind Ne, aber Dörte ist gar nicht tot, ne? Doch Nein, die liegt hier und frisst noch Ja, sie ist tot Ja, habe ich gedacht Aber ist sie nicht Wer ist sie denn? Die liegt hier Und frisst Au Was machst du? Jetzt schon wieder Verpiss nicht Alter Hast du Hilfe? Ja, ein bisschen Ich weiß nicht Ich treffe es nicht Ich komme hier aber auch nicht ran Oh, warte mal Der haut mich, aber ich komme nicht ran Aua Zack Ist viel Ja, zack Alter, der stirbt aber auch nicht Der stirbt nicht Ja, genau Mach das ja Landevents Lass dich Es ist doch unfassbar Was ist denn hier los? Aber ich habe ihn getroffen Ja, ich auch Der hat nur Pfeile drin Guck dir dann, wie er aussieht Das ist Also, der hatte ist nicht tot, ne? Wo ist sie denn? Ja, aber die liegt hier Ja, ja So, warte mal Ist sie jetzt hier Ohmächtig? Ja, ja Hannah ist tot Scheiße, ey Ach, du musst jetzt wieder 10, ne? Oh, oh Dann packt Bären rein Ach, du ja, reicht Reicht Das kriegen wir hin Ja Was? Kriegen wir das hin? Ja, 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 ja Okay, perfekt Übrigens war da noch nur Boa mit dabei, ne? Alter, es ist Ich habe nichts mehr gesehen, wirklich Ich habe keine Ahnung mehr gehabt Was jetzt hier eigentlich los ist So, was machen wir denn jetzt mit Mit deinem Dino? Kann man den Kann man den auseinander nehmen? Ne, der ist Der gehört zu uns Der ist friendly Geht nicht Achso, okay Hast du gerade auf Hannah gehauen? Ja, ich wollte mal gucken, ob ich Haut kriege Oh Oh, guck mal, Flatti, da kommt noch einer, ne? Oh, fuck Renn noch auf Ja, tot Ja, einfach gestolpert ist Ich habe erst gestorben, weil er hingefallen ist, ja Kann sein Oh, Mann, ey Was für eine Folge Was ist denn hier los? Mein Dino ist tot Ich brauche einen neuen Mein Problem ist eher, dass ich Alter, ich bin hier irgendwie Aber ich mochte Ich mochte Hannah Ja, ich auch Aber Hannah Hannah Ich leg mich zu dir Hannah Ich leg mich zu dir Hannah So, ich brauche auf jeden Fall Hannah Hanna 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 So, da kommt ein Froschklaus Hinter uns kommt ein Walruss oder sowas ähnliches Ja, die sind friedlich Achso Zack, erst mal einen feinen Bogen russ Mein Bogen ist Ich habe halt ein bisschen Angst vor so einer Bohr, ne? Fast kaputt Äh Wie lange dauert Was müssen wir jetzt hier eigentlich machen? Keine Ahnung Ich muss eigentlich nur warten, bis sie wieder aufwacht, ne? Wahrscheinlich, ja Ja Ich würde sagen, ich hau mal mit der Faust gegen, aber ich hoffe, das hilft nicht Nein, nein, hör auf Oh, Vorsicht, da ist ein Frosch, ne? Ja Ich gehe mal kurz ein bisschen gucken nach, äh Nach einem, nach einem Hannah Ersatz Wobei man Hannah nicht ersetzen kann, das ist einfach unmöglich Ach, ja Treuer Begleiter Wood und Fiber brauche ich, um den Bogen zu reparieren, warte mal Ja, alter, mein Bogen ist auch einfach kaputt gegangen Ähm, ich bräuchte mal einen Speer Weil für diese, für dieses kleinen Vieh, ne? Für diese Fliegen und zum Beispiel sind die Speere echt Oh, hier ist ein Raptor Puste Ich brauche mal, hast, hast du, hast du Fiber, Plattie? Oh, One-Hit Krasser Scheiß Ah, hast du Fiber? Warte, warte, ich gucke gleich Ähm, ich habe, äh, ja, ein bisschen Warte, hier Da Sehr schön Ich würde nämlich, glaube ich, gerne mal meinen Bogen reparieren Oh, Froschi, hau ab Kommt jetzt auch nicht zu Okay, Froschi sind also auch ein bisschen Friedenlebig So, okay So, Bogen habe ich repariert Ich habe allerdings nur noch 29 Pfeile Ich habe 49 noch dabei Also ich glaube, wir holen mir jetzt erstmal einen neuen Dino, würde ich sagen Ähm Magst du, magst du mir helfen, das Vieh hier, äh, zu killen? Ich würde ihn einfach mal Oh, ja, rennt weg Nein, nicht wegrennen Ah, das sind sie wieder, weißt du? Bleib hier Ich habe feige Sau Ich mag nicht so, so weit weg von Vorsicht, da ist ein, äh, da ist ein Riesen-Coco hinter dir Oh, 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 oh Schaffen wir den? Ich habe keine Ahnung, jetzt auf jeden Fall langsam Und dann langsam, komm, auf, 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 auf Jawohl, jawohl, jawohl Nichts kann er Guck mal hier, die Sau Ja, auch nur Druck hier, wie die kann ich behalten Ach, herrlich Lappen, alles Lappen So Äh, da, 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 da Zeig mal So, ich habe schon, oh, ich habe schon wieder Level Up Sehr schön Oh, ich auch So, ich gehe gleich mal auf Fortitude Fortitude Ähm, ich bin auch mal auch mal Also ich muss was essen Krasser Scheiß Ich hau mir mal kurz die ganzen Bären hier rein Ist ja zum Glück Nicht, äh, wenig Was, 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 wo, was, kämpfst du gerade? Nee Doch, die fliegen, über dir, hinter dir, überall Über dir, hinter dir, überall, was? So Was, was liegt denn hier für ein Rucksack? Das ist, äh, nur die Brille von, von Hannah Oh Das ist das letzte Überbleibsel, komm, ich nehme sie mit So So, wie lange schläft sie noch? Halbe Hälfte haben wir geschafft Äh, ja, glaube ich würde jetzt Also Muss man mal sagen, ne Dörter hat sich echt gut geschlagen Gegen die vier Typen Und Boa Und hast du nicht gesehen? Das stimmt Das stimmt Hast du gut gemacht, Dörter Aber es war einfach ein Fehler Meine Hannah da mit rein zu schicken Weil die war einfach genau Zwischen allen dreien unter den Füßen Und das war einfach kacke Ich bin verantwortungslos und Hab nicht aufgepasst Ja Das ist korrekt Aber Ich werde mir jetzt Ich hab so viel Fleisch Das muss alles wecken Zehn Zehn Vergammeltes Fleisch Hab ich jetzt dabei Der Rest Demnächst Auch nochmal Vergammeln 136 Haus Sieste, ich kann mir sogar schon Einen neuen Sattel machen Das ist ja super Ähm Klaus Was hältst du davon Wenn ich Mir ganz schnell Einen neuen Saurier hole Die sind ja Aber uns vorne am Strand Ja Ich würde Nur Dörter Gerne Ungern allein lassen Ne das verstehe ich Pass auf Ich geh mir jetzt ganz schnell Wann mal Hab ich noch Bären dabei? Aber unsere Folge ist auch schon wieder Zu Ende Flatti Oh Mann Ja das tut mir ja leid Überlänge kommen Lass mir Lass mir nur schnell Einen Dino holen Wollen wir warten Bis Dörter aufwacht Oder willst du Das in der nächsten Folge zeigen Ne das kann man auch Offscreen machen Ja okay Alles klar Aber dann lass mich wenigstens noch Einen Dino holen Ja hau rein Bitte Klaus Ja mach doch Bitte Hol doch deinen vergammelten Dino Verdammter Hacke Alter Maul halten Sonst hau ich auf deine Dörter So Dann nagel ich sie Guck mal da ist noch eine Dörter So wo gibt's denn jetzt Eine Die Parasaurus Sie waren nur auf der anderen Seite Ich hab ein bisschen Schiss Dass die riesen Viecher Das gleiche wieder respawn Aber die sind ja generell Friedlich erstmal Ja ja Also Pflanzenfresser im allgemeinen Also du musst nur wissen wer Fleisch ist Und dann weißt du auf jeden Fall Auch okay Dann da mal lieber nicht hin Oh dort hat mich Dort hat mich mit dem Schwanz gewedelt Oh Dörter oder du Ne Dörter Achso Ich ich doch nicht So schwanger Dann mach ich nicht Du den Schwanz widelst Dann mach ich mir Sorgen Klaus Dann hab ich immer Angst Eine Muh Eine Mäh Eine Tete Oh ein Flugsaurier Man ey Wir müssen echt Den Flugsaurier erzählen Das ist Auf jeden Fall unser Nächst höheres Ziel Da ist ein scheiß Raptor Da ist eine scheiß Schildkröte Oh es gibt hier keine Hanna Aber bevor ich sterbe Kann ich mal mein ganzes Zeug Wieder nach Hause bringen Hier sind überall Schildkröten Klaus Also wenn du zurückkommst Alter und Flugsaurier Und Alter was ist denn jetzt hier los Zwei Flugsaurier Eine Dörter Drei Schildkröten Das äh Ist ja mal gut So das Problem ist Ähm Dorte gehen gerade die B-Loll Und ich habe keine Büsche in der Nähe Klaus Was denn? Flugsaurier sind One-Hit mit einem Pfeil Echt? Also jetzt Also bei mir gerade Ich hab jetzt einfach mal In den Kopf geschossen Und er lag Okay Ja dann hab ich ja Hoffnung Kann ich ihn runterholen? Oh getroffen Ne Der fliegt weg Na gut Na gut So ich bring mal vorsichtig Aber alles hier rein Eieiei Warte mal Das Fleisch bringt mal hier rein Wobei es eigentlich auch echt cool wäre Mal einen Fleischfresser zu zähmen Ne Weil die haben halt ein bisschen mehr Ein bisschen mehr Angriff Ja auf jeden Fall Ähm So das ganze vergammelte Zeug Pack ich mal hier rein So wir müssen aber echt die Folge beenden Ja ist ja gut Ja ich sag ja nur Ja ich weiß Du hast ja recht Klaus So Ja gut In diesem Sinne Danke fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Und ähm Haut rein Tschüss Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.